Ja und? Trotzdem darf er das nicht? Ja, dann sind es entweder Lobius oder ich, dann schließlich herfahren. Lobius oder Lobius? Er hat Early wiederbelebt. Okay. Warum? Der war doch irgendwo. Okay, dann ist es Lobius, dann ist es Lobius. Warum? Der hat doch Early wiederbelebt, das macht ja keinen Sinn. Hallöchen Leute und willkommen zu einer weiteren Runde TTT. Heute wieder mit dem Early Boy, Dendalo, CrapsOne, Nephi, Gorobai, Good Gaming, Lobius, Grenz, Anne und last but not least Kapuze, der irgendwo in der Wasserfleischleife hängt. Dankeschön, ich warte. Horshi! Kapia! Komm mal! So, setz dich auf den Stuhl, Crap! Weißt du noch, wie du auf dem Web so einen kleinen Runde bist? Auf den Stuhl, Crap! Ja, ich weiß, es war richtig geil. Es war richtig geil. Dankeschön. Und der blinde Nils. Juhu, Nils war fett. Alter, sonst kein Runde. Da haben wir uns alle um, Nils merkt es einfach nicht damals. Ah, ich wurde angerempelt. Nils? Ja? Early, geh mal hier auf den Stuhl. Horshi, bitte? Geh mal deine Shotgun. Ich bin Detective. Oh nein! Du hast schon ne Waffe gespült. Na komm, dann schick mich ab. Ich hab ne Schmöcki. Will mir ne Schmöcki? Goro, willst du ne Schmöcki? Oh ja! Nein! Zurück! Rein! Oh oh, ich lass mich mal allein. Das war ein Traitorino. Keine Ahnung, aber jetzt... Ich kann hier bastern! Einschluss! Einschluss! Wir könnten hier bastern eigentlich. Versprochen! Kann man da durch? Jetzt endlich schlommen. Hey, das ist Early! Nein, ich war's! Jetzt ist es Horchi! Stopp, stopp, stopp! Ich hab Grenzen erschossen, aber Traitor. Jetzt Ruhe! Wie viele Leute da gestorben! Ich brauche Heilung! Hallo! Ich hab das jetzt nicht gesehen, aber... Ich hab Grenzen erschossen, brauchen wir bitte. Es müsste eigentlich Early gewinnen sein. Hallo, komm! Ne, das war Grenz, das ist Early-Ross. Ich stand hier in der Zelle. Da! Die kam von da! Wo ist Early? Ich kann es nicht auslesen, aber er war nicht geschossen auf jeden Fall bisher. Dalu! Nils, bleib bei mir! Was? Da hocken wir jetzt drin! Oh Dalu, du hast den Schatz! Anders Benis war hier! Nils, wir hatten zwei Leichen, wir hatten zwei Leichen, wir hatten zwei Leichen. Moment, Moment, Moment. Dann lass mich doch einer mal raus! Nils, wir hatten zwei Leichen. Wie war's? Dalu, nimm das Klopapier! Nils, wir hatten zwei Leichen. Nils, wir hatten zwei Leichen. Als war der Dringer. Ja. Kümmern uns um das Baby! Mann! Lobby war's! Ist er frei zum Abschuss, Grenz? Äh, nicht Grenz, äh, Good Gaming? Wer ist frei zum Abschuss? Krabs! Warum? Oh, es tut mir so leid, ich hab ihn gefunden! Wieso irgendwie ist Anne frei zum Abschuss? Oh, er geht nicht ran, er geht nicht ran, oder? Ich dachte, ich hätte das vorhin gehört, darum frag ich ja. Ist das der Dauberster? Ja, aber er geht nicht ran. Rechtsklick oder einfach? Ne, linksklick. Aber da ist keine Klinke an der Tür. Ich bin schon tot. Okay, ich lass dich raus. Und da kriegst du den Dauberster. Ich hab viel Sinn, oder? Nimm lieber den DNA-Scanner. Hab keinen. Oh! 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 Einer geht ja bitte weg. Was ist da passiert? Krabs kauft einen. Hier ist doch noch einer unidentifiziert. Was soll das? So. Ich hab, ich hab DNA. Ich brauch nur den da. Danke. Branson Lobios waren es, oder was? Und Anne ist safe. Und... Ne, warte. Hier ist noch einer. Horchi ist safe. Also die DNA zeigt auf Horchi, ne? Ja. Also schieß einfach Anna ab. Ich sag's nur. Okay, Krabs. Wie, du erschießt mich jetzt. Ich warne dich. Oh! Ja. Ich sag nur, dass die DNA aufkriegt. Hier, der Dinge reicht glaub ich, ne? Okay. Ich begegne jetzt Harakiri, ey. Hast du ihn umgebracht, oder? Geht nicht. Oh, schade. Mehr hab ich leider nicht. Tut mir leid. Drei Schuss drin. Aber wieso belebst du denn grob... Äh, ich bin verwirrt. Was macht ihr denn? Den Detektor hab ich grad wieder belebt. Aber warum? Hä? Wie, warum ich den Detektor wieder belebe? Ich meine, wie konntest du das tun? Du warst ja... Ich hab keine Ahnung, ob ich den Detektor hier hatte. Keine Ahnung, der lag einfach rum. Okay. Ja, warte. Ja, Krabs ist... Also ich bin es nicht. Ich hab zwei Traitor gekillt. Und alle belebst mich immer noch. Ja eben. Ich belebe den Detektor wieder. Und alle belebst mich immer noch. Nur, weil die DNA auf dich gezeigt hat. Ich hab dich doch nicht abgegeben. Also entweder... Nefi, Krabs. Krabs ist es. Krabs ist es. Ich hab keine Munition mehr. Hilfe. Draußen irgendwo. Draußen irgendwo. Hier bin ich. Aber er war grad hier. Direkt bei der Leiche. Aber er ist nur ein Deadringer. Irgendwo. Nur ein Deadringer. Ich hab... Ich... Wenn er ist tot. Dann wäre er die Runde zu Ende. Also muss er ja noch irgendwo leben. Ich hab ihn gehört. Oh, erstmal im Gesicht. Erstmal im Gesicht. Fuck! Komm aus diesem schadens Deadringer nicht raus, ey. Ich hab gar nichts weggegeben. Schade, schade, schade. Ich war die ganze Zeit in der Gummizelle. Ah, wo hatte ich den Defi denn her? Hast du den gekauft, Dalu? Ey, ich hasse ihn nicht. Nein. Good Gaming war Nils. Also... Nils wollte Dalu wiederbeleben. Ah, okay. Er muss dich Grenzen setzen. Ich hab's mal durchschalten gemerkt, kommt der Defi her. Der ist hier voll nutzlos, ey. Ja, leider. Das... Keine Tür. Hier ist ne Klinke. Hier ist ne Klinke. Es gibt schon ein, zwei Räume hier. Das Büro bestimmt auch, ey. Das hier doch bestimmt auch die Tür, oder? Ja, das auch. Ja, ja. Also... Ein paar sind bestimmt möglich, ey. Wenn du ne Klinke siehst, weiß der Bescheid. Vorsicht, wo ein Wille ist. Oh ne Waffe, Early. Auch eine Anne. Early ist so ruhig. Was los? Er hätte Krabs gerade mit dem Doorbuster töten können. Er war genau so vor der Eingangstür. Ja. Keine Angst, Leute. Ich bin Detective. Ach du Scheiß. Das ist vorbei. GG. Edspads. Einfach Edspads. Das heißt... Oh, Schatz. Ich geh da nach. Lobios. 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 Detective Befehl. Ich war das nicht. Anne ist Detective und hat Lobios gesagt. Ich war das nicht. Aber eine lacht noch. Glaubt echt nur der Paar. Alles klar. Das ist doch gar nicht. Aber eine lebt doch noch. Nein, da liegt nur Leiche. Okay. Was ist mein Deagle jetzt weggeworfen? Der hat gerade neue Quatsch danach. Die blöde Jutsch. Mach mit dir an. Goro kam von der Leiche. Goro hinter dir! Ich wurde angeschossen. Wer, wer ist es? Da ist er. Der Lobios. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab keine Ahnung wo er ist. Aber ich hab ihn. Machen wir dir an. Machen wir dir an. Ich nenn's das so. Au! Au! Schade gemacht. Oh, fuck! Wow, wow, wow. Dalu hat gesehen, dass ich es nicht sein konnte. Das weiß ich noch nicht. Hier hin, wo der Friendship ist, Nils. Ach, du bist ja auch hier. Da im Bad. Ich bin irgendwo anders. Ich bin irgendwo anders. Was ist das? Vorsicht, da ist der Friendship noch. Okay, Dalu ist es nicht. Ich lebe noch. Oh, ich sehe auch nicht. Churps hat erwischt. Ne, wir haben auch nicht. Das hätte ich es machen sollen, Dalu. Da vorne liegt der Detektive Food von Anne, Leute. Ich hab den... Wir haben Lobius den Friendship gezündet. Wissen wir das? Ne, Lobius war schon tot zu dem Zeitpunkt. Okay, dann ist... Lebt Early dann noch? Dann ist Nefias auf jeden Fall safe. Early ist ruhig, nicht Early-like. Ich bin auch safe. Ich hab Lobius gekillt. Ja und? Dann direkt neben den Friendship. Denk dran, wir haben noch zwei Traitor. Aber ich würde fast sagen, dass Grants auch auf Lobius geschossen hat. Ja, hab ich ja auch. Nils hat es noch bestätigt. Dann ist Nefias nicht 100% safe, wenn wir noch zwei Traitor haben. Halt! Da draußen wurde grad jemand abgeknallt. Ja, ne. Nefi! Oh, schuldigung, stopp, stopp, stopp. Halt! Wer schießt ihn? Ich war das, ich war das. Der hatte hier irgendeinen Error. Ja, ich dachte, Nefias hat gewonnen. Da ist ein Error. Na, weil Dalu hat grad nen Fett-A-Kill. Grenz auch schon. Ich bin zu doof, du schießt. Hat er ein Messer? Ist ein Neif? Was für eins? Das Kill-Neif? Das Blood? Oh, Nefi, sehr sexy. Das war bei mir ein Error grad. Ich muss das mal im Workshop runterladen. Entweder ist Dalu heute noch cleverer als sonst. Na. Wir sind Early oder Horchi sind's. Ich hätt... Ja, gut. Ich kann's noch sein. Hier ist Horchi. Grenz läuft so gebürgt, warum läuft so gebürgt? Und wo ist Early? Weil ich ein Messer habe. Und wo ist Early? Der ist tot, ne? Der versteckt sich. Ah, er hat grad geredet. Er hat geredet. Er hat geredet. Verkackt. Ah, Early. Da hätten wir fast noch einen umgebracht. Verschont mich. Da ist er, da ist er. Oh, der schießt. Schlecht schießt er hier draußen rum. Zack. Er lebt noch. Und Anne verrät ihn. Du blöde Kuh, Anne. Du blöde Kuh. Was? Du blöde Kuh. Durch den Detektivhut. Wie geil. Du darfst nicht spectaten. Nice. Wenn der Detektivhut war. Die ganze Zeit verfolgt gar nicht. Die ganze Zeit. Aber es war ja auch Early, der mich gequält hat. Ich hab immer alles geschrien, weil... Du darfst nicht spectaten. War ne Wege. Oh, da hab ich den Hut gesehen, ey. Es tut mir leid. Aber Early hat mich auch abgeknallt am Anfang. Ich hab nur Lobios geschrien, weil vorher Lobios hinter mir war. Dann hab ich gesehen, dass es eigentlich Early war. Ich hab mich aber auch... Ich hab mich... Du haste gelacht, ne? Ich sag doch, ich war's nicht. Er ist fast horchig, verdächtig und dann macht Early so ein Ton einfach nur. Ja, ich dachte mir Scheiße, Mama hat sie jetzt die Mauer aufgemacht. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Lobios wurde dann quasi random gekillt. Nein, ich hätt gern die Ammo, danke. Total. Ey. Ey. Also Ammo hab ich für nur noch ne Waffe. Oh. Wird nicht immer auf dem Auto stehen. Das kann explodieren. Halt, halt, halt. Das war doch echt nett. Echt? Also das kannst du explodieren lassen mit ner Granate und so. Hallo? Das sagt er jetzt. Was machen die da hinten, Grants? Ich wollt noch mal auf das Angebot zurück. Ach, grad werden mit Baby gestorben. Ach so, ja, hier. Komm, halt. Nefi, was machen die denn? Leute, es ist Nefi, glaub ich. Ich wollt ne Pfaffen holen. Ich wollt ne Pfaffen holen. Das muss irgendwie explodieren. Goro, Goro. Wie, das kann ja. Los, komm, wir verfolgen Nefi, Kapuze. Goro, Horchi, hast du getrunken? Ja. Horchi war's. Ey. Ich hab auch keine Waffe. Ja. Da wird nämlich gemobbt. Wieso, wir verfolgen dich nur, das ist da und nicht mobben. Geh du doch rein. Ach, du bist auch detected, okay. Was bin ich? Da ist schon wieder Dalu, hast Kapuze? Nix. Dalu guckt von oben. Wir müssen aufpassen. Ja, was willst du haben? Irgendwas? Nicht aus, Ruhe, schlafen jetzt. Horchi, Horchi, Horchi. Ja, gib mir einfach irgendwas, was du nicht brauchst. Komm mir hier wieder her. Ich will irgendwas haben, danke. Denk dran, es ist... Okay, Goro, mag ich schon mal. Horchi, 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 das ist Sicherheitverwahrung. Horchi, eine Schleimer. Crabz ist Sicherheitverwahrung. Da ist Crabz, er guckt uns an. Hörgut! Crabz ist es! Hol mich raus! Mach den da oben. Wir warten auf Nefi, der Traitor, der ist hier hinten links. Geil. Ja, hinten links. Anni, Anni. Der links hier. Hey, da oben. Bleib stehen. Bleib stehen, Anni. Oh, da ist Nefi. Also, Goro ist 20% safe ungefähr. Er hat mir einen Deal gegeben. Oh Gott, wenn hier jetzt ein Friendship reinkommt. Ja, echt? Dann sind wir alle geliefert. Crabz hat da jetzt was über Sprayfall zum Abschluss. Eindeutig. Ja, Eindeutig. Vandalismus im Gefängnis. Bist du bescheuert, lass mich raus jetzt. Warum? Warum ist denn da ne Leiche drin? Ja, weil die durch die Tür geballert worden ist. Da kommt wieder einer. Auf den Troll. GORU! Dann ist es Goro bei, Leute. Mach doch einfach die Tür auf. Hättest du das eh erklärt, dann hätte ich gesagt, dass Goro abfall zum Abschluss ist. Mach einfach die Tür auf. Sie backt um die Tür. Warte noch mal. Ich war also kurz offen. Lach nicht so. Geh weg von der Tür, Lobius. Das war ich. Jetzt mach die Tür auf. Ey, ey, ey. Ich probier's. Guck mal, sie backt um was gegen. Sie backt um was gegen. Sie backt um was gegen. Nils, das ist Nils selbst. Er verarscht uns. Nein. Lass ihn da drinnen. Lass ihn da drinnen. Lass uns Goro töten. Warum hast du das nur für uns eigentlich gekillt? Weil er da auch an der Tür rumgefunden hat. Der soll da weggehen. Ja, wir haben ihn gekillt. Warum? Danke. Los. Da, da ist Leiche drin. Danke, du Arsch. Danke. Danke. Rede mit mir. Rede! Wirst du's? Weg, mach dich weg! Saure. Das war der Kacki so und dann auch. Mies sie weg. Der hat Early zu mir reingeschossen. Ich hab einen einfach umgebracht. Einfach durch die Tür. Dann hab ich mich abgedacht. Dann hab ich alle mit der Taube gekillt, Craps unterwegs, dann bin ich noch... Ja, aber das hast du gehört, dass ich den Jungen wirklich rumgekommen bin. Hätte mir einer die Geschichte eher erzählen, hätte ich Goro direkt gesagt, mal zum Abschluss. Weil es hat mir vorbeigegangen. Aber er hat mir eine Diege geschenkt. Er hat mir eine Diege geschenkt. Ich hab auch auf Dalu geschossen, aber er hat mir zum Glück nicht getroffen. Alles, was mich nicht verletzt. Hast du aber abgerissen? Genau, zum Glück hast du mich nicht getroffen. Aber wie random Gwenz wieder sagt, komm Nefi ist doch Traitor. Und ich bin's tatsächlich wieder, weißt du das? Das ist so schade. Gwenz will ich dir den Tweet zu? Nein, nein, nein. Die Gwenz detect schnell. Ich durfte ja nichts machen. Du Limmel, du Limmel. Aber ich hätte ihn bis zum bitteren Ende verfolgt. Soll ich ein bisschen Feuer nachlegen? Nein, nein. Und dann kam Goro, der Alte. Die Chance hab ich dann genutzt, um Kapuz auch noch wegzubekommen. Hier, Brand von Knast. Wo ist der Wächter? Nur weil du genau das Gefühl kennst, wenn man sich auf die Seite... Ah, Kapuz hab ich gehauen. Er sollte in dem Knast bleiben. Wir haben über Telefon miteinander kommuniziert. Hier, Branding vor der Tür. Lebt wohl. Ja, in Steam hab ich gestrandet. Ey, komm mal schnell jetzt zu mir. Traitor-Chat könnt ihr doch ausschreiben. Den Dorb-Aster. Ja, das ist saufig. Da könnte man sich ja vertun und schreibt ausgesprochen mit einem anderen Chat. Ja, das ist saufig. Ey, bist du von Gifflin-Detektiv? Hallo. Lass mich raus? Du besetzt? Sag ich doch! Ja, ab! Aber warte jetzt! Perde hell, du Arsch! So, jetzt ist das so. Was denn? Was ist denn, Goro? Das Problem ist, wenn man deinen Namen sagt, dann wird es einfach stehen. Danke, Grenz. Das ist unbewesen. Gut gemacht, Grenz. Well played, Grenz. Das ist doch Verarsche, man. Wir haben doch gerade noch drüber geredet. Raus mit dir. Aber er ist Detective. Ey! Da ist ja gestorben. Der ist reingelaufen. Da ist einer in den Friendship gerannt oder so. Den hat er, glaub ich, nicht gesehen. Der ist noch heiß. Fade away. Wer war das? Der Schlorchi. Der Schlorchi. Der Horch und Schlorchi. Was denn? Ich hab doch gar nichts gemacht. Du hast gerade auf die Leiche. Irgendeiner von den beiden hat mich angeschossen. Ja, mich auch. Ich hab noch 60 HP. Was ist denn los Detective? Wieso hängt denn hier einer? Das war hinter mir. Ja, ich hab geschossen. Nein, das war bevor du geschossen hast. Der, der auch immer geschossen hat, der hat mich angeschossen. Nicht die Leiche. Ich hab das Lobios. Tut mir leid dann. Ich hab mich geschossen. Ich will es auf den Schuhen an. Ja, jetzt ist es auch weg jetzt noch. Jetzt hab nur noch zwei Schuhen. Null HP. Ich brauch Hilfe. Wurde schon wieder angeschossen. Ey, komm es ist auch eine Chance, Dalo zu töten. Ja. Ich hab nicht geschossen. Irgendwer hat Dalo grad gekillt. Der läuft da grad weg. Der läuft da grad weg. Der läuft da grad weg. Der läuft grad weg? Ja wer ist rausgekommen? Warum ich? Weil du nen Dead Ringer hast, mein Lieber. Ja, er hat nen Dead Ringer. Ja doch, doch, doch. Mach doch Test. Guru, wer ist rausgelaufen? Ich brauch keinen Test machen. Der stand oben rechts. Guru, wer ist rausgelaufen? Wahrscheinlich. Alle rausgelaufen. Ich hab gesehen. Das war die Volk umbescheuert. Ich hab hier die Leichen aufgehängt. Das ist die Falsche. Ich glaub du bist es. Das ist die Falsche. Ich glaub du bist es. Das ist die Falsche. Das ist die Falsche. Wusste ich nicht. Das sieht Leben ab, du Idiot. Aber Craps, 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 Craps. Craps? Ja, Craps ist es. Doch Craps. Juhu. Geht weg. Wieso steht dann da so ne Scheiße bitte schön? Early, definitiv. Ah, Lobby ist es hier. Noch mehr Leichen zum Aufhängen. Wenn du jetzt auf mich schießt, hier sieht's so. Friends. Hier draußen, Anne. Die Boys ist es immer noch, ne? Er ist im Scoreboard markiert sogar. Weiß nicht. Ich häng die Leichen auf. Da ist er, der ist wieder im Ringer. Da hinten, da, 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 da. NEIN! Boah! Boah! Wie eben? Guck rein, wer hat in der Wisch? Ich hab auch drauf geschossen. Wie ich eben in die Leichen geschossen hab, und ihr dann einfach eskaliert. Ich hab gar nichts gemacht. Wie einfach nur Anne und Kapuze? Nee, aber kannst du ja im Scoreboard sehen, bei C. Anne ist ja nicht ganz zu viel als Data, aber immer noch besser als gut Gaming, ey. Ich wurde dreimal in der ganzen Gruppe angeschossen von der selben Person. Und du hab ich nicht gesehen. Vielleicht war ich das. Das war keine Aussage. Ich war statt am Arsch der Welt. Also Augen am Rücken hab ich aber auch nicht so wirklich. Du hast in die Richtung geguckt, als mir in den Rücken geschossen wurde. Ja, aber ich kann mir auch nicht jedes Mal tausend Prozent nicht sicher sein. Weißt du? Ich hab doch gesagt, dass Lobos geschossen hat, aber am Ende waren alle toten. Einfach überlaufen. Es war Early, der mich erschossen hat. Nein, ich hab nicht getötet. Nein, ich hab ihm's raubt. Nee, Early war's. Ja. Ja. Deswegen bin ich ja hinter Early her. Ich dachte auch, dass ich Scraps war. Deswegen war der Verdacht an Craps bei mir. Jedes Mal werde ich verlängst. Ich dachte sogar, dass ich eine schossen hätte. Oh, sauber die Team. Kapuze. Hi Nafi. Hallo Archi. Hallo Archi. Hallo Archi. Ich bin bei Craps. Hallo. Ja, Craps hast du dich gerade gesehen. Ich bin nicht in deinem Team, das weißt du. Ich hab ne Mac-10 und es war ne Schossen. Oh, du bist doch zu jung dafür. Nee, du bist ein Traitor. Ich bin nicht zu jung dafür. Ich bin auch nicht zu jung dafür. Ey Nils, Anne ist Traitor. Oh ne Waffel. Ich hab keine Waffe, Anne hat mir die Dingens gekürt. Anne, deine Waffe raus. Guck, aber Guck, was hast du denn für eine? Ich hab keine. Sieht ihr das nicht gerne? Toll, jetzt hat der Traitor keine Waffe mehr. Ich weiß nicht. Echt mal, ey. Gwensel und Mac-10. Geil. Was hast du? Da kommt keiner raus. Ey Mester, Snobios, Hände auf den Wagen hier. Hände auf den Wagen, Beine prallen. Hier. Hände auf die Beine. Hände auf den Rücken. Nicht auf den Wagen, nur die Hintermüll. Da komm doch mal. Ein Messer ist ja Stalu frei zum Abschluss. Detective Befehl. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Okay, Kapuze safe. Kapuze safe, Detective Befehl. Nein. Nicht Kapuze abschießen. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Aber er hat ja ein Messer. Ja, wo ist es? Habt ihr das mit dem Messer? Ich möchte das... Oh, nicht schon wieder... War das eigentlich ein Messer, oder? Okay, warte mal. Anne, du warst auch grad hier drinnen. Ich hab's gesehen. Das heißt, der Strahl ist hier draußen. Einer von denen, der hier draußen ist, muss es sein. Was? Wo ist das Messer da? Da ist einer. Das ist das Messer da. Nein, hallo! Hier ist das Messer Nils. Hier ist das Messer Nils. Kann ich mal durch? Kapuze, warum? Da war's. Ja, ich weiß. Ja, eben. Oh, warte mal. Da ist ne Shotgun, den kann ich mitnehmen. Goro, ich will so sein wie du. Und Goro. Anne, oder Anne, ich will so sein wie du. Komm, ich hab das Messer. Na, ich will so sein wie du. Anne, ich will so sein wie du. Aber nicht meine Brüste anfassen, wenn du ich bist. Oh ja, bleib stehen! So. Anne, ich bin deine Schwester. Er hängt da hin. Grants. Anne, ich bin deine Schwester. Was passiert hier grade? Ich kann mich grad nicht richtig bewegen. Das ist der Traitor Bug. Ja, genau. Ich seh das alles, Goro. Was du hier machst. Ich bin die Anne. Uh. Das hast du nicht gesehen. Das hast du nicht gesehen. Das hast du nicht gesehen. Genau das. Den hast du nicht kommen. Was haltet ihr von meiner Raumdekoration? Sieht schick aus. Oh ja. Neues Licht. Kann ich dir dein Ziel doch wieder verlieren? Ja. Ja. Guck mal, ob Goro bei hier irgendwo rum. Ach, Anne, Leute. Hallo, Anne. Der ist doch hier hinter uns. Hallo, Anne. Hallo, ich bin die Anne. Ach, Kapuze. Der war hier doch immer die ganze Zeit. Da ist er doch hier. Hey, lass mal Danu hier. Der rennt hier. Der hat grad freigegangen. Lässt du mal. Ja, danke. Oh, ich bin die Anne. Ja, nö. Keine Sache. Nein, Anne. Ich möchte das nicht. Hey, die Anne. Lobio ist stopp. Anhängen und raus. Ich will aber... Dann nehm ich Crabs mit. Nein. Crabs darfst du behalten. Ja, du mit Crabs mit. Ja, okay. Kapuze, du bist doch safe gewesen. Wieso verfolgst du mich? Wieso erlaubst du das? Ich hab doch Danu gekillt. Ja, deswegen ja. Hinterher. Dreh, 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 dreh. Nefi ist es. Nefi ist frei zum Abschuss. Ich treff Nefi nicht. Ich treff Nefi nicht. Ja, mir egal. Ist tot. Oh, guck mal wo ich bin, Leute. Jackpeg macht alles. Anne ist auch tot. Ey, ich bin die Anne. Das war Nefi. Hey, dann muss es ja Goro sein. Er ist vielleicht doch vorher einer gekillt. Ich weiß es nicht. Ja, er hat zum Nefi gesagt. Ja, aber warte mal. Kapuze ist doch... Nefi hat ihn gekillt. Hey Kapuze, guck mal. Nefi hat aber geschossen. Ich bin hier mit dem Jetpack hochgeflogen. Warte mal. Also hier hinter dir. Können es nur Lobius und ich sein? Mit dem Jetpack. Nein, alles gut. Alles gut. Ja, nur Lobius oder du. Duelliert euch. Es kann auch Goro sein. Ja, Goro oder Lobius. Duelliert. Nein, kein Duell. Nein, kein Duell. Nein, Grant. Duell jetzt. Nein. Ich bin's nicht. Ich bin aufs Dach hier oben raufgeflogen. Lobius und Goro, Duell. Nein, es gibt auch viel zu viele Varianten. Nein, gibt's überhaupt nicht. Duelliert euch jetzt. Also ich würde ihn abschießen jetzt. Lobius und Goro, go. Nein, Kapuze, warum hetzt du so? Lobius hat gerade auf Goro geschossen. Doch. Hör auf zu hetzen, Kapuze. Nein, warum? Grant war die ganze Zeit bei mir. Ich hab Anne ge... Ja, er hat nichts gemacht, der Lobius bisher aus dem Problem. Dalu verstrickt er sich in Lügen, Kapuze. Ja, deswegen kann ja nur Goro und Lobius übrig sein. Richtig. Warum, was ist mit dir? Kapuze hat doch den Dalu gekillt. Er muss auch nichts gemacht haben, Lobius, um trotzdem blöder zu sein. Ich bin in der Zwischenzeit mit dem Jetpack hier hochgeflogen. Wo ist das Problem? Wo bist du denn? Wir können doch einfach abwarten und wer muss das schießen dann? Auf dem Dach des Hauses. Hab dich doch gesehen, Goro. Ich seh dich doch im Schuppen. Grant war die ganze Zeit bei mir. Ich seh Lobius auch. Ich bin hier bei Kapuze und in denen... Lobius traitert da bei Earlys Leiche rum. Ja, aber Early ist Inno. Ja und trotzdem darf er das nicht... Ja, kann er... Ja, dann sind es entweder Lobius oder nicht, dann schieß ich hier einfach ab. Es gibt hier... Es gibt hier... Es gibt... Early, Early... Er hat Early wiederbelebt. Okay. Warum, der war doch Inno. Okay, dann ist es Lobius, dann ist es Lobius. Warum, der hat doch Early wiederbelebt, das hat er ja keinen Sinn. Macht dir auch keinen Sinn, wenn die anderen tot sind. Wozu rollen Davy? Okay, Lobius, ja passt dann. Hä? Ich verstehe, warum hast du mich wiederbelebt? Hä? Ist er trotzdem Lobius? Nee! Lobius, warum belebst du mich wieder? Weil die anderen verbrannt sind. Ja, das war mein Plan. Warum belebst du noch mich wieder? Und ich hatte eh keine Chance mehr. Ich hab alle angezündet, ja ist richtig. Ich hab doch eh keine Chance gegen die anderen. Mit Early hätten wir noch am meisten Chance gehabt, als Traitor zu beleben. Halt die Schnauze! Aber Ande war doch tot. Ich war tot. Achtung, der hat sich ja bei Inno machen können. Indem er gesagt hätte, er hat einfach den Defi aufgehoben. Aber Lobius denkt glaube ich nicht. Mein Grand sagte ja auch dann eher wie ein Traitor. Nein, meine Diebe! Ich hab mich auch gelebt! Ich dachte es auch. Ja, hab ich Early einfach abgeschlafen. Nein, meine Diebe! Als du wiederbelebt worden wurdest, das war ja ein Traitor-Defi. Du hättest sofort reden können. Ach, hä? Nein, das ist nicht Nils! Das ist Bullshit! Hä? Hä? Von wem? Die Regel gibt es nicht, Nils. Die hast du wieder davon. Wenn ein Traitor wiederbelebt wird... Das war's. Kapuze, gib mir deine Hose. Ich bin Detective. Ach, ja. Nice try. Wie lange willst du noch kaufen, Kapuze? Traps, darf ich da mal rein? Danke. Wie lange willst du... Komm, wir hauen einfach zu Tode. Kapuze ist AFK. Aber nicht wie immer. Das macht er eigentlich nur, wenn er wiederbelebt wird. Nefias habe ich hier hauen. Anhören? Ja, aber ich habe ihn gehaut. Ich sperr mich mal hier ein, denn die Gummi ist fertig. Kapuze ist nicht mehr frei zum Abschluss. Nefias ist es. Ja, ich bin das. Oh, ich bin wiederbelebt. Hallo, Graf. Hallo. Ich bin wiederbelebt. Nicht springen, Nefias. Detective-Befehl. Nefias, gib mir deinen Giegel. Nefias, gib mir deinen Giegel. Frei zum Abschluss, er hüpft immer noch. Earlyboy shop, warum shoppt der Earlyboy? Hör auf zu shoppen, Earlyboy. Ich habe die Banane nicht geworfen. Ich bin unbesiegbar kapuze. Early hat eine Bananenbombe geworfen. Ich habe es gesehen. Early und Dalu sind es. Einfach dächtig. Early zieht jetzt auch noch auf mich. Hallo. Ja, Early ist ein Kehle nur... Go. Du hast es wieder versucht. Letztes Mal hast du gesagt, du hast es auch versucht. Und hast Glück, als du dich getroffen hast. Du hast gerade schon wieder versucht, mich umzulegen. Jetzt sagt er nichts. Okay, warte. Da ist einer in dem kleinen Raum. Und Tür zu, Leute. Tür zu jetzt. Geht nicht. Völlig falsch. Da hat er hinten liegen. Du, Goro, wollte das doch schon wieder. Bei ihm hat das so wieder gebackt, wie bei Anne. Ja, ja. Er wollte mich umreden, Leute. Guck mal, er lacht. Er ist es doch. Ich geb ihm jetzt einen mit. Ich geb ihm jetzt einen mit. Den hat er sich verdient, ey. Ja, ich glaub auch, dass ich jetzt einmal stieß. Wer ist da ein Kerker? Wer ist da ein Kerker? Komm, wir hauen ihn einmal an. Die Hände aus Auto-Crams. Komm her. Und jetzt kommt der Magnet aus Auto-Crams. Oh, Crap, da sind sie gestorben. Alter. Was passiert? Du hast gesehen, dass ich da nichts zu tun habe. Logos. Wer war das? Dalu ist tot. Ja, okay. Ich geh da rein. Nils, kann das gewesen sein? Warum? Wie ist das passiert? Ich war ganz woanders. Ich hab das gehört. Oh, der ging gegen mich. Oder gegen Nils? Oder gegen Nils? Du bist doch hier. Nein, ich bin hier beim Dingens. Oh, eine ist Dete. Ah, toll. Ist vorbei. Ist vorbei. Ist vorbei. Hier, Renz, du musstest retten. Sind die durch eine Explosion gestorben, oder nicht? Ja. Ist doch da. Hm. Ja, aber es sind doch nicht alle, oder? Es sind doch bestimmt noch andere tot. Oh, soll ich nicht. Nils? Hallo, Anna. Ich wollte eigentlich nur lesen, hab aufgeschossen. Hallo. Ich hatte meine Hände auf dem Wagen. Ich hatte gerade den Magnetostick schon eingeölt. Das ist eine Friedung für dich, Eulieboi. Oh, Alter. So weit mal vorne überbeugen. Und Husten. Dalo, jetzt halt aber stehen, meine ich. Hat dir gefallen, oder? Du kommst da. Ja, okay, Alter. Das war richtig geil. Hallo Nils. Hallo Nils. Hallo Nils. Schnapp. Nils ist es. Nils ist es. Willst du meine Diegel öffnen? Oh, das wär cool. Nils mit der... Er starb. Es war Nils. Dalo, jetzt halt doch mal still, Mensch. Mit dem Magnetostick. Was willst du denn mit Dalo? Lightchainung ist verboten, Eulie. Nein, ne. Warum? Lebst du noch, Grants? Oh, Grants ist tot. Grants ist leider gestorben. Eulie, jetzt scheiß doch endlich. Sie ist die Letzte. Watt mit... Kaputze. Ne, Grab. Oh, Alter. Das ist auch echt ey. Brich da. Wollt ihr mich verarschen? Nein! Der ist jetzt tot? Leut! Los! Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank hatte ich noch diese Scheiß-Fertyrer-Bombe. Ich muss das in die Scheiß-Fertyrer-Bombe. Wieso schießt du denn nicht einfach auf sich? Du rennst die ganze Zeit mit der letzten Person rum. Gwenz, ich glaub... Ne, ich glaub das Baby funktioniert mit dem Fade nicht, kann das sein? Doch! Äh, Krabs ist gleich am Faden gestorben, oder? Krabs ist gestorben. Ne, er ist an Anne gestorben. Ich bin jetzt gerade gestorben. Ah, okay. Dann funktioniert's trotzdem. Letzte Runde... Ich dachte ich wurde von... Ne, Fjost, Dalo und ich... Letzte Runde... Random Pills sind erlaubt, Nils. Und jeder dachte, wer betrayt... Aber Nils macht jetzt nix anders als sonst. Hä? Ich hab dich gerade gekillt, Dalo. Hör mal auf mit den Sprüchen. Das war ein Glücksschuss, ey. Da hat er nicht mal richtig mit der Zauber gespielt. Ja, mit der Zauber war das, ey. Horshi's Prater, Horshi's Prater! Dalo und ich sind's. Er hat gerade wen umgebracht. Warum ist so ne Frage heute? Horshi hat Good Gaming umgebracht. Oh, ich stand da genau neben mir. Good Gaming ist tot, in 3 Sekunden einer Runde. Da hat er nicht lange überlebt. Da hat er nicht lange überlebt, ey. Da konnte er gar keine Reilung. Aber vielleicht hat er Horch jetzt ja auch so. Und vielleicht hat er ja eigentlich auch mal. Dalo, hast du Heilung? Hat irgendwer, hat irgendwer... Oh, Robbein. Wollen wir schon wieder spielen? Oh, Robbein. Oh, Robbein. Oh, Robbein. Oh, Scheiß. Robbein war da jetzt schon, ey. Early, sag mal mal, wie du Schaden bekommen hast. Und sag mal, warum du gesagt hast, Horchi ist es. Hey, Lobius ist tot. Wer ist vor, Lobius? Ich stand im Gefängnis, da wo die eine vergewaltigt wird im Gefängnis hinten. Was? Und hab mir das angehört, weil ich dachte, hä, was soll das sein? Auf einmal hör ich, wie hinter mir, ein Raum weiter, jemand erschossen wird. Und wieso ist da nur Indos tot? Weil ich sie aufhängen will. Hä? Warte, ich hab doch Horchi confirmed. Ja, Inno. Du hast Horchi confirmed. Hä? Bei mir stand Traitor. Der ist ein Dead Ringer gewesen. Nein, nein, nein. Hä? Horchi ist Inno. Der wird hier als Traitor angezeigt. Guck's dir an. In welcher Welt denn? Im Scoreboard ist der als Inno. Alles klar, Goro ist der echte Traitor, Leute. Hä? Er wird echt als Traitor angezeigt. Wieso bin ich denn da? Ja, ja. Er wird ja nicht als Traitor angezeigt. Nein, aber die Leiche. Wenn die Leiche sagt, wer das hier ist, dann ist er Traitor. Nein, ich hab geguckt, wer das ist, Craps. Die Leiche sagt wirklich, dass er Traitor ist. Ja, ja, ja. Alle, die sie das gesagt haben, sind Traitor. Okay, wir sind alle Traitor. Auf, Dalo. Fall gelöst. Wie Dalo die ganze Zeit von Dach zu Dach jumped. Der Goody Boy liegt hier am Donau. Der Goody Boy? Goody Boy, ist das ehrlich? Der Goody Boy. Oh nein, oh nein. Oh nein. Der Goody Boy. Der Goody. Was ist das denn hier für ein komisches Gesicht? Was ist das denn hier für ein komisches Gesicht? Anno. Pick dich! Anno. 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 Geh weg. So, hier geht's hoch. Goody Boy. Verpiss dich! Ne, Fias. Heilt mich wenigstens! Du hast noch nichts von Ihnen. Ach, der Kapuzenwurm sagt die ganze Zeit nichts und kauft da einen. Ich bin im... Ich bin eh schon confirmed. Ja. Hier bist du in welchem Menü? Ich bin im Raum in so den kleinen Raum. Der hat gerade SMS gekriegt. Da kann sie ihn eh nicht mehr wieder blieben, zum Beispiel den du jetzt schon weggetragen hast. Kapuze, 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 Kapuze. Auf den leckrischen Stuhl bedienen. Aber schnell! Und sie auch nicht, Anne. Okay, jetzt das hier. Aber hinsetzen, Anne. Okay. Anne, setze sich sofort hin. So. Hinsetzen, so. Haben Sie noch letzte Worte? Wie geht das denn? Ja, setze sich schnell nicht darauf. Hüpfen! Und jawohl! Und jetzt die Stücken berühren! So, und das war's. Oh hier, ich wurde eingeschossen! Anne auch noch! Nefias! Hä? Nefi? Warte, 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 warte! Ist er tot? Alter, Kapuze, du hast dich mit auf ihn geschossen! Nefias ist confirmed! Nefias ist confirmed! Nefias ist confirmed! Und Kapuze lässt ihn einfach vorbeilaufen! Ja, aber wo ist er? Ich dachte, dass ist Goro, äh, Nefi, der da liegt. Da war einfach Goro. Ich dachte, dass ist Goro, äh, Nefi, der was da liegt. Ne, bist du noch Kapuze? Ja, Kapuze ist es auch. Warum schießt? Ihr habt mir ja gerade von hinten in den Rücken geschossen. Das ist doch, das ist doch ein Schwachsinn! Ja, alle Kapuze. Hab ich nicht! Ich schwöre, dass ich das nicht habe. Ich hab, hab, ich schwöre, dass ich das nicht habe. Ich hab dir nicht drüber gekriegt. Dann lass ich auch noch, wie ich Traitor bin. Nefias. Könnte Nefias sein. Und der Tüter jetzt ringt. Aber ich hab Crabs nicht in den Rücken geschossen. Aber du hast getrunken. Ja. Traitor verhalten. Wer ist denn hier in der Zelle? Hallo! Oh, leer? Ist die Waffe leer, Kollege? Oh, nee. Sehr cool. Der Kao konnte nicht mehr nachladen, bevor er kam, ey. Bis dann, Leute. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020